Hallo, ich bin Nike Slavik, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Nordrhein-Westfalen und bin frisch gewählte Abgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen. Du bist eine der ersten beiden Transabgeordneten. Was bedeutet denn Transgender? Transgender bedeutet, dass man sich nicht mit dem Geschlecht identifiziert, das man bei der Geburt bekommen hat. Ich konnte mich nie mit dem Label männlich identifizieren und ja, so Menschen hat es bisher noch nicht in der Politik gegeben und bin jetzt hier am Start. Wie bist du denn zur Politik gekommen? Ich bin ursprünglich zur Politik gekommen, weil ich mir große Sorgen wegen dem Thema Klimawandel gemacht habe und da wollte ich was gegen tun und dann bin ich zur Grünen Jugend gegangen. Und begegnest du jetzt im Bundestag vielen Vorurteilen? Es geht so, eigentlich erlebe ich, dass hier sehr viele Leute sich freuen, dass die Politik vielfältiger wird und ich glaube, das ist ein tolles Signal und zeigt auch, dass der gesellschaftliche Wandel und Vielfalt irgendwann hier in der Herzkammer der Demokratie im Berliner Parlament ankommen.